In der heutigen Podcast-Folge habe ich Christoph Malzburg zu Gast. Christoph ist Schlafcoach, Speaker und Unternehmer. Er beschäftigt sich intensiv mit der auditiven Neurostimulation, das heißt die Verbesserung des Schlafes, anhand von Gehirnwellen. Darüber hinaus arbeitet er intensiv mit Profisportlern zusammen und auch mit vielen Privatpersonen in Unternehmen. In dieser Folge erwarten ich interessante Einblicke, wie du Gehirnwellen zur Verbesserung deines Schlafes nutzen kannst und wie Schlafcoachings aussehen. Erstmal hi Christoph, schön, dass das geklappt hat. Hallo, hi. Ich habe dich im Intro so ein bisschen schon vorgestellt, wer du bist, was du machst, aber am besten machst du es einfach nochmal selbst. Wer bist du, was machst du und vor allem, was hast du mit dem Thema Schlaf zu tun und wie bist du dazu gekommen? Genau, ja, ich habe im Prinzip fast 20 Jahre lang in der Industrie gearbeitet, konsumgierende Industrie. Ich komme eigentlich aus dem Bereich Marketing, Innovation, Geschäftsentwicklung, Business Development, habe das 20 Jahre lang gemacht, bei verschiedenen großen Unternehmen, international gearbeitet, war viel unterwegs und habe dann vor knapp vier, fünf Jahren, glaube ich, entschieden, einen Schnitt zu machen und dieses klassische Karriere-Ding hinter mir zu lassen und habe mich neu orientiert und habe überlegt, was ich machen kann und habe ein halbes Jahr Pause gemacht und habe mit vielen Leuten gesprochen und bin bei dem Thema Schlaf gelandet. Mich hat es sehr interessiert, ich habe parallel eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht, vier Jahre lang. Das heißt, ich arbeite auch parallel eher semi-privat, so ein bisschen als Therapeut. Und bin beim Thema Schlaf gelandet, in dem Sinne, dass ich bei der Firma Infrasonics mit eingestiegen bin. Infrasonics kommen wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen drauf, eine Schlaftechnologie entwickelt. Und so bin ich eingestiegen, habe dann über die Zeit mich sehr intensiv mit dem Thema Schlaf beschäftigt, ein Netzwerk aufgebaut, kenne viele Leute in dem Bereich und habe auch angefangen, als Coach zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, dass das der einzige sinnvolle, effektive, nachhaltige Weg ist, wirklich mit den Leuten im 1 zu 1 zu arbeiten und nicht zu sagen, hier gibt es die zehn besten Schlaftipps und damit habt ihr eure Lösungen, sondern genau, dass Coaching meistens am effektivsten ist. Und deswegen, genau, es ist das, was ich heute hauptsächlich mache. Also ich bin Unternehmer, ich bin Coach und ich bin Speaker für das Thema Schlaf auf verschiedenen Veranstaltungen, Konferenzen etc. Genau. Dazu bin ich Vater von einem kleinen Sohn, wohne in Köln und bin jetzt 50 Jahre. Genau. Okay, sehr cool. Also sehr, sehr aktiv im Thema Schlaf, im Coaching, Unternehmer und Speaker. Das gehen wir gerne mal ein bisschen so chronologisch durch. Lass uns gerne da alle Themen so ein bisschen aufarbeiten. Du hast Infrasonics schon angesprochen. Genau. Eher unter dem Begriff Ivy, glaube ich, mehr Leuten einen Begriff. Das ist auch Technologie, die beim Schlafen, vor allem beim Einschlafen, aber auch bei der Schlagqualität helfen soll. Ja. Ist ja so, auditive Neurostimulation ist der Fachbegriff. Kannst du da mal so ein bisschen aufklären, weil das wahrscheinlich die meisten Leute im Neurostimulat noch gar nicht gehört haben. Ja, genau. Also ich hatte es vorher auch noch nicht gehört. Es ist aber in der Tat so, dass wir uns einer Erkenntnis zunutze machen, die wissenschaftlich schon seit langer Zeit bestätigt ist, dass nämlich Audiofrequenzen, also Schallfrequenzen, die Gehirnwellen stimulieren. Also man kennt das, wenn man im Nachtclub ist und es ist ein ganz hoher, dauerhafter Bass oder man ist am Meer. Das sind ganz ruhige Wellen. Das heißt, man kennt das, dass man durch verschiedene Soundfrequenzen stimulieren kann. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wir haben den ganzen Tag Tonfrequenzen um uns herum, die aber nie strukturiert in irgendeine bestimmte Art und Weise, also für ein Ergebnis genutzt werden. Und was wir gesagt haben, man weiß, wie die Gehirnwellen fließen oder schwingen, wenn man perfekt schläft. Wir kennen das, diese 90-Minuten-Phasen, Leichtschlaf, Tiefschlaf. Und man weiß, wie die Gehirnwellen in diesen verschiedenen Phasen schwingen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, was ist, wenn wir diese Audiofrequenzen von außen so anordnen, dass sie diese 90-Minuten-Schlafzyklen sozusagen perfekt für uns simulieren und stimulieren. Das heißt, wir bringen Audiofrequenzen über das Gehör sozusagen ein, dass die Gehirnwellen sich mit diesen Frequenzen, die wir reinbringen, gegenseitig annähern. Und dann wird das sozusagen über die Nacht durchstimuliert. So funktioniert das. Dafür haben wir eine, im Prinzip eine digitale Datei. Das heißt, diese Frequenzen werden in Musik eingebaut. Was wir händisch machen, was auch ziemlich komplex und ziemlich schwierig ist, weil die Musik darf nicht brechen, sie darf das Gehirn nicht langweilen, weil es immer wieder was Neues passieren muss, damit wir das nicht abschalten, weil das Gehirn ja irgendwann abschaltet, wenn Frequenzen sozusagen anfangen zu nerven. Es muss eine bestimmte Stimulationsform sein, also es ist ein bisschen komplex. Und diese Frequenzen liegen in Musik und die Frequenzen hört man nicht. Man hört im Prinzip nur Musik. Wenn man es erst mal hört, denkt man so ein bisschen, ja, es ist da jetzt nur irgendeine Lounge-Musik. Aber das ist auch ganz bewusst so, weil die Frequenzen nicht hörbar sein sollen. Und das, genau, haben wir in der Musik eingebaut. Das liegt dann in einer Datei und diese Datei liegt in der App. Und die App liegt dann natürlich auf dem Smartphone oder auf dem Tablet und wird dann mit einem Soundkissen verbunden, was wir auch entwickelt haben, weil wir nicht wollten, dass irgendjemand was am Körper oder am Kopf trägt. Es gibt viele Technologien, weißt du auch, die man irgendwie, es gibt es dann auf dem Kopf welche, dann kann man was irgendwie hier andocken und verschiedene Dinge. Das ist alles, wir wollten nicht, dass jemand was tragen muss in der Nacht. Und deswegen ist es ein Kissen, wo ein Soundleister drin ist, die wir auch entwickelt haben, patentiert haben, und die dann in einem, die dann sozusagen über ihre Qualität eine Klangwolke erzeugt, die um einen rum ist, die dann binaural stimuliert. Und so läuft das dann ganz, ganz, ganz leise, sodass es niemand hört. Also dein Bettnachbar nicht und du nur so ganz, ganz im Hintergrund dich in der Nacht sozusagen in deinen perfekten Schlaf führt. Das ist mal so grob gesagt die Technologie. Okay, erstmal vielen Dank für die grobe Einführung. Was sind aber jetzt genau die Funktionen? Du hast das Soundkissen schon so ein bisschen angespielt. Das heißt, die Frequenzen spielen wahrscheinlich die ganze Nacht über. Das heißt, es ist nicht nur eine Einschlafhilfe, sondern es soll wirklich die ganze Nacht über die Schlafzyklen perfekt unterstützen. Also die Frequenzen spielen halt nicht nur eine klassische Einschlafhilfe, sondern vor allem auch die Schlafqualität unterstützen, indem es eben die ganze Nacht bis zum Aufwachen hin durchläuft. Das habe ich richtig verstanden. Genau, also es gibt die Möglichkeit, es nur zum Einschlafen zu benutzen. Dann geht das nach einer Weile aus von selbst. Oder man stellt den Timer, dass man morgens irgendwann geweckt wird. Und das fängt dann an, auch eine halbe Stunde vorm Aufwachen dann wieder hoch zu stimulieren. Das heißt, die Gehirnwellen werden dann auch so stimuliert, dass sie in den Modus kommen, in dem man isst, wenn man dann wieder aufwacht. Man wird also nicht aus dem Tiefschlaf gerissen, sondern sozusagen wieder hochgefahren. Es läuft die Nacht durch und es ist für Einschlafen oder für Einschlafen und Durchschlafen geeignet. Genau. Und es geht im Prinzip wie bei uns sehr stark um die Schlafqualität. Da hast du recht. Also die Schlafdauer ist ein Thema, woran jeder immer so arbeiten muss und gucken muss, dass er das richtig macht und einschätzt und für sich festlegt. Aber die Qualität ist das, worauf wir achten. Was wir natürlich nicht machen können, ist, dass wir irgendwelche organischen Themen bearbeiten. Es gibt auch viele psychologisch begründete Themen, die wir natürlich im Prinzip jetzt nicht in dem Sinne lösen können. Wir können beitragen, dass man ruhiger wird, besser schläft etc. Wir können natürlich keine, wenn jemand mit Trauer und Sorgen und Aufgeregtheit ins Bett geht, dafür sorgen, dass er komplett von 100 auf 0 oder auf 20 oder wie auch immer runterfährt und dann ganz ruhig ist. Sondern es ist für viele, sagen wir mal, stärkere psychologisch bedingte Probleme eine Unterstützung. Und für Leute, die aber generell ein bisschen unruhig sind und nachts auch oft unruhiger schlafen, ist es eine deutliche Hilfe. Cool. Genau. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Was sind die konkreten Anwendungsgebiete? Weil Schlafprobleme generell können natürlich immer viele Ursachen haben. Du hast es schon angesprochen, psychologisch bedingt. Es kann eine schlechte Schlafhygiene was sein. Es kann aber auch was Organisches hinter sein, wo man dann halt mit so Soundkissen oder generell mit Frequenzen sehr wenig bis gar nichts erreichen kann. Deswegen ist es immer ganz wichtig einzugrenzen, für welches Anwendungsgebiet ist das jetzt wirklich geeignet. Du hast es schon gesagt, so ein bisschen Einschlafprobleme, wenn man generell so ein bisschen Probleme hat, runterzukommen. Aber es ist jetzt kein Wundermittel, was einen von 180 auf 0 bringt. Genau. Man muss immer, es ist ja bei allen Schlafhilfen so, das weißt du ja auch, du musst dich immer selber einschätzen, du musst dich selber hinterfragen. Du musst gucken, was bist du für ein Schläfer, was brauchst du, wie ist dein Umfeld, wie ist deine Hygiene etc. Das heißt, jeder muss, egal was er tut, egal welche Hilfsmittel er nimmt, immer trotzdem über diesen Scope der einen Technologie oder des einen Produkts hinaus gucken. Und so ist es bei uns natürlich auch. Aber es ist, sagen wir mal, 65, 70 Prozent der Leute haben nun mal irgendwie Einschlaf- und Durchschlafprobleme. Das merke ich auch in meinen Coachings, dass es viel mit Unruhe und solchen Themen zu tun hat. Und da ist es wirklich stark wirksam, wo es auch sehr gut hilft. Und das ist sozusagen ein bisschen ein Ableger davon, sagen wir mal, in der Zielgruppe. Es ist für Kleinkinder und Babys sehr gut geeignet. Gerade weil die von der Rezeption, im Prinzip von der Wirkung dieser Frequenz noch viel offener sind, weil sie gar nicht mit einer, sagen wir mal, kognitiven Kontrolle sich stimulieren lassen. Nach dem Motto, oh, da ist jetzt eine Technologie und jetzt muss ich besser schlafen. Sondern die liegen halt in ihrem Bettchen und diese Frequenzen stimulieren, ohne dass sie in irgendeiner Form blockiert werden. Und das Zweite ist es, gerade bei pflegebedürftigen Menschen, also älteren Menschen, die dem jetzt sehr verändert sind, der mit sehr verändert leben, gerade bei diesen Menschen auch, ist es auch sehr effektiv, sogar effektiver, als bei jetzt uns normalen, relativ gesunden, semi-schlechtschläfern, so in dem Sinne, hilft das auch sehr gut. Gerade weil da die Frequenzen sehr gut durchkommen und die Menschen sich ganz einfach ohne irgendwie kognitive Störungen stimulieren lassen. Und das ist da nochmal so eine ganz bestimmte Zielgruppe. Okay, cool. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, du hast am Anfang auch nochmal gesagt, es nimmt die Menschen natürlich nicht aus der Verantwortung raus. Also Schlafhygiene etc. Die Basis muss natürlich trotzdem stimmen, wenn man auch so eine Technologie, wenn man Technologie zur Unterstützung hinzunimmt. Bei Babys kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es da ja auch das Prinzip des weißen Rauschens sehr gut funktioniert. Genau, genau. Dass das da eben auch sehr gut funktioniert mit den Frequenzen. Ein Anwendungsgebiet, gerade schon gesagt, in Pflegeheim, weil Infrasonics und iW ist ja auch Unternehmen, was viel in anderen Unternehmen, jetzt sage ich jetzt mal, eingesetzt wird. Also nicht nur für Privatpersonen gedacht, sondern wirklich auch ein bisschen größer in Betrieben ein flächendeckender Einsatz. Und das vor allem in den Einrichtungen ein Gebiet, wo iW eingesetzt wird. Ja, was wir jetzt natürlich auch so ein bisschen erkennen, wir haben natürlich dadurch, dass wir so ein bisschen, ja ich sage mal, in so einer Startup-Welle schwimmen, nicht jetzt unbedingt vom Erfolg, sondern eher von diesem, ah, da ist ein Startup, die haben was Neues, das gucken wir uns jetzt mal an und dann kommen dann auch mal Unternehmen auf einen zu, die so ein bisschen an sowas auch mal interessiert sind. Wir arbeiten jetzt in der Tat auch sehr intensiv mit der Automobilindustrie zusammen, weil die jetzt verstärkt daran arbeiten, zu sagen, okay, es geht jetzt nicht nur um den Motor, um die Leistung des Autos, sondern auch um den Innenraum und Thema, wie steige ich gesünder aus, als ich einsteige, was kann ich tun, wie auch gerade Richtung autonomes Fahren, wie kann man sich erholen auch beim Fahren und da geht es sehr stark in unsere Stimulation rein, nach dem Motto Power-Naps in Pausen machen, Kinder-Power-Nap-Stimulation auf dem Rücksitz, der Fahrer fährt, der Beifahrer wird über die Kopfstütze stimuliert und kann auch ein Power-Nap machen. Also da gibt es verschiedene Anwendungen, mit denen wir im Moment arbeiten. Es gibt auch alles, was mit Personentransport im Prinzip zu tun hat, also Fluggesellschaften, Bahn, überall, wo Menschen im Prinzip unterwegs sind, nicht viel machen können und sich auch erholen können, auch mal gestresst sind auf dem Weg oder zurück von einem Meeting oder solche Dinge. ist es im Prinzip für uns sehr einfach, wenn wir irgendwie an den Kopf drankommen, über eine Art Sitz, können wir im Prinzip über eine Datei, die irgendwo eingespielt wird, im Server, dann auch per Download, dann direkt auch in diesen Umfeld dann auch sehr gut in die Anwendung kommen. Genau, du hast das Thema Power-Nap angesprochen, kenne ich auch persönlich einige Leute, die mit Frequenzen vor allem besser einschlafen können, weil Power-Nap, okay, dauert in der Regel nur so 15 bis 20 Minuten, sage ich jetzt mal, und da möchte man ja schnell einschlafen am Mittag und viele Menschen, die ich kenne, nutzen diese Frequenzen, jetzt nicht die iV-Technologie, sondern generell Gehirnwellenstimulation mit Frequenzen nutzen, das da eben zum schnelleren Einschlafen, das ist auf jeden Fall da auch ein sehr spannendes Anwendungsgebiet. Absolut, 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 ja, das haben wir auch drin bei uns. Das ist für mich eigentlich, okay, unsere iV-Technologie jetzt für die Nacht, je nach Intensität und Konifizierungsform sozusagen des Schlafproblems, kann das auch mal vier bis sechs Wochen dauern, bis man wirklich dann auch einen kontinuierlichen Effekt hat, der übrigens auch nachhaltig ist, also ein Gehirn lernt, zum Glück, wie wir wissen. Das heißt, wenn man wieder in einen optimalen Schlafgrundmus kommt, ist der dann auch wieder gelernt. Die PowerNap-Version ist meiner Meinung nach fast besser wirksam, schneller wirksam, also man merkt schon nach zwei Mal, wie du im Prinzip auch sehr schön regenerieren kannst, weil wir halt auch sozusagen den PowerNap optimal stimulieren. Wie du sagst, Viertelstunde, 20 Minuten reicht das schon. Und wenn der dann auch noch qualitativ gut ist, so wie er sein soll, ist er natürlich unheimlich wirksam für den Nachmittag, klar. Genau, Stichwort Lernen hast du schon angesprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass es direkt beim ersten Mal hilft, weil sich das Gehirn auch so ein bisschen an die Frequenzen gewöhnen muss. Absolut. Es gibt ja auch viele Frequenzen, mit denen man auch die Konzentration ein bisschen steigern kann, die man zum fokussierten Arbeiten nimmt. Da bin ich aktuell ein bisschen am Rumexperimentieren, einerseits hinsichtlich Fokussierung, andererseits auch hinsichtlich Schlaf. Da wird auf unseren YouTube-Kanal sicherlich noch ein großes Fazit zukommen und da muss man das Gehirn eben auch täglich so 30 bis 60 Minuten, ist es in meinem Fall, mit den Frequenzen ein bisschen trainieren, dass es eben nach und nach besser funktioniert. Eine kleine Frage dazwischendurch, weil viele Leute ja auch mit binauralen Beats arbeiten, vor allem auch beim fokussierten Arbeiten, aber auch hinsichtlich Einschlafen, kannst du da so ein bisschen den Unterschied erklären zwischen auditiver Neurostimulation und binauralen Beats, das binauralen Beats eine Unterkategorie, ist das das Gleiche, um das ein bisschen zu differenzieren? Ja, es ist natürlich wie oft so, man braucht auch ein bisschen so einen Begriff auch, mit dem man arbeiten kann, den man auch für sich besetzt. Also wir haben dieses Thema auditive Neurostimulation für uns so ein bisschen genutzt, um so ein Oberthema zu finden, wie wir das nennen können. Binaurale Stimulation ist eine Form der Stimulation, die wir nutzen. Ja, die binaurale Stimulation ist auch die bekannteste, natürlich. Die ist in dem Sinne dann auch wirksam und gut, wenn man eine Kopfhörer aufsetzt, weil du dann automatisch binaural stimulierst, wenn du zwei Kopfhörer auffasst, weil sie natürlich direkt übers Gehör funktionieren. Was wir hier haben, ist, dass wir keinen Kopfhörer tragen, sondern auf einem Kissen liegen. Das heißt, da würde dann eine binaurale Stimulation nicht reichen, die aus dem Kopfhörer herauskommt, weil sie dann im Prinzip die Frequenzen sich in dem Sinne auflösen und dann nicht ums Gehör eine effektive sozusagen Klangwolke erzeugen, sondern wir arbeiten auch mit monochronen und isochronen Tönen. Das heißt, monochronen Töne sind die Töne, die nicht binaural erzeugt werden, sondern wird nur eine Frequenz gespielt. Also binaural ist ja zwei Frequenzen, die gespielt werden. Die Differenz wird vom Gehirn zusammengesetzt. Und das ist die stimulierende Frequenz. Kennt das, wenn ihr von der einen Seite, also wenn ich jetzt mit euch spreche und ich sitze rechts von euch, dann hört ihr mich eigentlich ja hier früher als da. Aber das Gehirn, damit man keine zwei Töne hört, setzt es zusammen. Und das ist die Idee, die dahinter steckt, hinter diesem binauralen Stimulieren. Monochronen spielt eine Frequenz ab. Und die Isochrone ist eine Stimulation, die die Frequenzen sozusagen von sich selbst zusammensetzt. Das heißt, die setzen sich dann im Raum zusammen. Das heißt, binaural ist aus unserer Definition jetzt mal eine Stimulation innerhalb der auditiven Neurostimulation. Neben diesen beiden anderen, durch die unsere Technologie zumindest nicht effektiv arbeiten könnte, weil wir halt wie gesagt nicht über Kopfhörer arbeiten. Deswegen brauchen wir die eine und aber auch die beiden anderen. Genau, ich denke, das war eine sehr gute Zusammenfassung, da so ein bisschen die Unterschiede hinsichtlich Funktionsweise und auch Anwendungsgebiete, weil man binaurale Beats zum Beispiel nicht die ganze Nacht überhört. Genau, also es gibt ja viele Apps, wenn man das mal bei Google Play oder so eingibt, binaurale Stimulation oder binaurale Beats, die entweder nur eine Frequenz abspielen, die sagen, wir stimulieren den Tiefschlaf. Das heißt aber, dass wenn man ins Bett kommt und man ist, sagen wir mal, bei 15, 16 Hertz von der Gehirnwellenfrequenz und der Tiefschlaf ist bei anderthalb bis zwei Hertz und dann kommt man ins Bett und das fängt dann direkt unten an zu stimulieren und man ist eigentlich noch bei 14, 15, 16 Hertz oder sogar 18 Hertz, wenn man richtig aufgeregt ist. Und das heißt, die finden sich gar nicht. Das heißt, man muss erst mal rein stimulieren. Das ist das eine Problem, was diese Apps so ein bisschen haben, dass es halt nur in einer Frequenz gemacht wird. Und das zweite ist, dass die diese rohe Frequenz abspielen. Ich weiß nicht, du hast das Thema wahrscheinlich angehört. Wie lange hältst du das aus? Fünf Sekunden oder so? Das ist ja so ein Wrummen. Also ich könnte damit sicher nicht einschlafen und würde es auch nicht länger als zehn Sekunden aushalten. Deswegen muss man ein bisschen hingucken, bevor man sie benutzt und auch glaubt, dass sie auch wirklich wirksam sind. Also ich will nicht sagen, dass sie alle schlecht sind. Natürlich nicht, aber man muss schon so ein bisschen sehen, was sie tun und man muss ein bisschen verstehen, was binauraler Stimulation auch ist. Genau, deswegen würde ich auch nicht empfehlen, jetzt direkt eine x-beliebige App zu holen, weil man auch ein bisschen schauen muss, okay, wie sind die Beats produziert, auch in welcher Qualität hört man sie an, MP3 oder WRV-Dateien, das unterscheidet sich schon hinsichtlich der Wirkung. Deswegen, ja, schon ein bisschen informieren, wie das Ganze funktioniert. Absolut, absolut. Und nicht eine x-beliebige App nehmen und dann sagen, es funktioniert nicht. Weil im Prinzip binaural Stimulation schon funktioniert. Also das ist schon so und es ist sehr stark die Frage, wie man sie anwendet und wie man sie aufs Gehör bringt und was man damit tut und erreichen möchte. Also man, dieses Ding, immer dieses, ach endlich brauche ich keine Schlaftablette mehr und ich lege mir einfach jetzt diese Beats aufs Ohr und dann geht alles. Genau. Recht geht es leider nicht. Genau, also einfach das YouTube-Video Dauerschleife und dann schlafe ich ein. Genau, ja. Das ist mit dem ASMR genauso. Es gibt dann aber auch wieder Leute, die sich einfach Steine neben das Bett legen und glauben, dass sie Steine die Schlafverlebn lösen und super schlafen. Funktioniert auch, ist auch gut. Nur das dann sehr persönlich. Wobei ja so ein paar Kristalle, so Amethysten oder so, dem wird ja eine schlaffördernde Wirkung nachgesagt. Aber wenn man es glaubt, dann klar. Dann ist ja gut. Also warum nicht? Genau. Eine Frage hätte ich noch zu der auditiven Neurostimulation. Nutzt du das auch selbst bei PowerNaps oder zum Einschlafen dauerhaft? Ja, also ich habe mir ja mittlerweile durch meine jetzt, wie gesagt, fünf Jahre Erfahrung auch bei Coachings meinen Schlaf ziemlich gut im Griff, sodass ich eigentlich zum Schlafen und Durchschlafen das nicht mehr brauche. Aber ja, zum PowerNap auf alle Fälle. Also ich nutze das immer mal wieder. Man kann es ja wirklich überall machen. Also man muss nur kurz sich überhinsetzen, Kopf zur Seite oder anlehnen und dann wegdösen. Es ist ja auch kein Schlaf. PowerNap ist ja kein Schlaf. Es ist ja sozusagen nur eine Erholungsphase. Schlaf ist ja, wie du weißt, mit ein bisschen mehr verbunden. Gerade auch die Tiefschlafphase, die er später einsetzt. Das heißt, es ist ganz bewusst kein Schlaf. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Und ich mache es aber auch nicht immer, also dieses Thema auch täglich Mittagsschlaf zu machen. Das kennen wir so von als Kinder früher oder Oma und Opa und so. Also ich mache das, wenn ich keine gute Nacht hatte. In der Tat mal mit dem Kleinen oder ich konnte einfach nicht gut schlafen. Oder ich weiß oder ich merke, ich bin einfach total müde und brauche das kurz, weil der Nachmittag hart wird oder ich habe einen langen Abend oder irgendwas. Dann nutze ich das auf alle Fälle. Auch unsere sehr gerne, weil ich auch die Musik ganz angenehm finde. Es lenkt so ein bisschen ab und ich stöße weg. Und ich merke den Unterschied. Cool. Also ich kenne jetzt auch keinen, der täglich ein PowerNap macht. Habe ich auch, glaube ich, in unser Buch geschrieben. Also wer täglich das Bedürfnis nach einem PowerNap hat, der sollte woanders die Probleme suchen. Genau, absolut. Genau. Genau, richtig. Dass das auf keinen Fall den Nachtschlag ersetzen kann. Ja, auf alle Fälle. Genau. Das soll es zu dem Thema auditive Neurostimulation schon gewesen sein. Du hast das Thema Coaching angesprochen. Ja. Lass da gerne noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, weil wir auch als Coach arbeiten und auch schon einige Coaches hier im Podcast hatten. Finde ich das immer ganz interessant. Wie arbeiten andere? Was machen sie für Erfahrungen? Mit welchen Personen arbeiten sie? Mit welchen Problemen sind sie dort konfrontiert? Wenn du da so ein bisschen Einblicke geben kannst, vielleicht, wen berätst du? Ich habe so ein bisschen auch bei dir bei Instagram mitgekommen. Du bist einerseits bei Sportlern aktiv, aber andererseits auch in Unternehmen, wo Mitarbeiter zu dir kommen können, was wir auch gerne machen, weil es einfach eine sehr smarte Lösung ist. Die Mitarbeiter können einfach zum Coach kommen, über ihre Schlafprobleme reden und müssen nicht zwangsläufig irgendwie über die Führungskraft gehen, über den Chef und sich so ein bisschen outen, dass sie Schlafprobleme haben. Wenn du da so ein bisschen drüber erzählen magst, was machst du als Schlafcoach? Genau. Wie ich vorhin in der Einleitung kurz gesagt habe, ist es für mich der effektivste Weg, Schlafprobleme zu lösen, auch nachhaltig zu lösen. Ich mache das in verschiedensten Formen. Also ich bin einmal in einer Gruppe, Pain Prevention heißt das, das ist so eine Gruppe von Leuten, die verschiedene Leistungen anbieten. Ich bin derjenige, der den Schlaf abdeckt. Da mache ich das meistens über Online-Coachings. Ich spreche mit Leuten online, die können mich dann ein oder zwei Sessions buchen und dann gehen wir das alles durch. Das ist dann sozusagen jedermann. Jeder, der von mir hört oder der irgendwie ein Schlafcoaching braucht und weiß, dass ich das anbiete, über dieses Netzwerk, kann mich da sozusagen online dann buchen. Ich mache das sehr viel über Firmen. Das heißt, ich werde im Moment hauptsächlich von Versicherungen gebucht, die in ihren Angeboten und Vertriebsgesprächen merken, ja, wir haben jetzt das Thema Ernährung und Bewegung so ein bisschen durch. Thema Rückenscreening und Hautscreenings und alles, das ist ein bisschen abgefrühstückt. So welche Vitamine am Tag und keine Ahnung, das ist mittlerweile ein bisschen durchgelutscht. Und die merken, dass das Thema Schlaf, was wir wissen, neben Ernährung und Bewegung, das dritte große Gesundheitsthema ist, da gibt es halt auch nicht so viele Angebote. Und das ist ein Thema, für das ich dann gebucht werde. Das ist meistens auch mit dem Impulsvortrag verbunden, dass ich dann einen Vortrag halte und dann mich man dann buchen kann für Coachings, die normalerweise eine Dreiviertelstunde laufen. Ich verschicke meistens, wenn das mit der Firma okay ist, gerne vorher einen Schlagfragebogen, den ich dann ausgeführt zurückbekomme, wo ich sozusagen dann schon vorher ein bisschen eingrenzen kann, worum es geht und kann dann in diesen 45 Minuten sehr konzentriert und fokussiert auf deren Bedürfnisse absetzen. Mir ist es immer wichtig, dass die Leute mit vier bis fünf ungefähr konkreten Punkten rausgehen und konkreten Themen, die sie für sich selber in ihrem eigenen Umfeld, ob zu Hause oder in ihrem Lebensrhythmus, konkret selber umsetzen können, auch sofort aktiv abends gleich anfangen können. So, das ist mir immer sehr wichtig. Ich möchte keine Vorträge haben, ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich bin, wie gesagt, parallel gelernter Psychotherapeut. Ich weiß, wie es ist, im Unternehmen zu arbeiten, weil ich es 20 Jahre auch gemacht habe und ich bin jetzt mittlerweile Schlaf, weiß ich, wie nennen wir uns, Schlaf-Fans, Schlaf-Experte, weiß ich jetzt nicht. Es gibt Professoren zum Schlaf, ich bin jetzt da sicher keine Koryphäe in dem Sinne, aber ich weiß, wie man mit Menschen arbeitet und wie man mit Menschen zusammen eine individuelle Lösung findet und das mache ich aber im Thema Schlaf dann, in dem Falle. Und ein bisschen mein persönliches Steckenpferd seit jetzt knapp drei Jahren ist das Thema Leistungssport, Profisport. Das heißt, ich betreue Sportler, Profisportler, Fußballvereine, Bundesliga-Vereine, Handballvereine, Boxer, Leichtathleten, Schwimmer etc., die das Interesse haben, mit dem Thema zu arbeiten, die alle merken, dass die Erholungsphasen mindestens genauso wichtig sind wie die Belastungsphasen und viele von denen sehr ganz spezifische Anforderungen haben. Also entweder vier Monate trainieren auf den einen Tag oder drei Monate Vorbereitung, dann sechs Monate lang Saison und Höchstleistung kriegen. Das heißt, wie mache ich das in der Vorbereitung, wie mache ich das während der Wettkampfphase. Dann gibt es Leute, wie die Schwimmer im Prinzip gefühlt das ganze Jahr durchschwimmen und dauerhaft immer nur im Becken und immer morgens raus um fünf raus, Training, 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 Training. Also so ganz spezielle Themen, eine Bundesliga-Fußballmannschaft funktioniert nochmal ganz anders, weil auch das Thema meistens von Trainer oder Physios oder vom Mannschaftsarzt reingebracht wird und die Spieler dann nicht zwingend immer erstmal das Interesse haben, sondern es sind halt Fußballer, die verdienen dann 40 Mal so viel wie ich mindestens und sitzen da und sind 21 und denen muss ich dann sagen, oder das ist dann meine Aufgabe, die dazu zu bringen, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und mal zu gucken, wie es so läuft und das ist immer sehr unterhaltsam, abwechslungsreich, sagen wir mal so. Also ein französisch sprechender Profi, keine Ahnung, der gerade irgendwo aus Frankreich gekauft wurde für 24 Millionen. Das ist schon ganz lustig, mit dem nochmal drüber zu sprechen, in seiner Sprache, wie er das so macht und so und dann zu gucken, wie die dann reagieren und auch dahin zu kriegen, dass sie auch sich mit ihrem Thema auseinandersetzen. Was nicht so gut ist, ist halt bis morgens um zwei zu zocken, wenn am nächsten Tag Champions-League-Spiel ansteht. Das muss man vielleicht auch nochmal betonen. Das sollte der Profi eigentlich schon wissen, bevor der Schlafcoach einem das sagt, aber... Ja, aber da ist es wie in vielen anderen Bereichen auch, es ist wie bei allen ganz normalen Menschen, die jetzt nicht Profis sind, Sportprofis sind. Es ist immer Psychologie dabei, es ist hauptsächlich oft Psychologie dabei, es ist oft auch nicht. Ich sage den Leuten oft auch, ihr habt eigentlich kein Schlafproblem, sondern ihr habt ein anderes Thema, das heißt, wenn ihr dieses andere Thema nicht hättet, würdet ihr eigentlich perfekt schlafen. Ihr müsst euch mit eurem Leben auch nochmal auseinandersetzen, ihr müsst mit euren Themen auseinandersetzen, ihr nehmt die alle mit ins Bett, ihr kommt nicht zur Ruhe, das liegt nicht am Schlaf zwingend, sondern klar ist, der Schlaf leidet darunter und so ist es bei den Profisportlern halt auch. Die sind irgendwie, keine Ahnung, in Südfrankreich groß geworden und spielen dann in Lille irgendwo zwei Jahre und kommen dann hier in den Bundesliga-Verein und sind das erste Mal im Ausland, sind 21 und sitzen den ganzen Tag, sind um drei Uhr zu Hause, langweilen sich, ihre Freunde, Kumpels sitzen irgendwo in Südfrankreich und zocken abends, da zocken die mit und dann geht es immer bis zwei und der Typ ist halt auch erst 21, man muss den halt auch anders packen und sagen, hör zu, du hast hier einen Vertrag und eine Aufgabe und du willst irgendwie Nationaltipp spielen, da musst du ein paar Dinge in den Griff kriegen und dann kann ich dir immer Möglichkeiten geben, was er tun kann, so wie er das dann machen kann, dass er trotzdem noch zocken kann, aber halt irgendwie das ein bisschen einteilt. Das ist dann eine andere Arbeit, die ist aber immer, meinung nach, immer psychologisch zu hinterlegen, diese ganzen Coachings, weil die Menschen ganz andere Ansätze mitbringen, fließen auch mal Tränen, passiert auch öfter, also ja, genau, und so ist es dann mit dem Leistungssport auch. Und so ist es wahrscheinlich in den individuellen Coachings, jedenfalls bei uns auch oft so, es sind ja nicht, du hast Schlafprobleme, ja, aber die wirklichen Probleme liegen dann oft woanders, Stress, familiäre Probleme, etc. Und deswegen finde ich es ja ganz gut, dass es eben Schlafcoaches gibt, auch mit dem therapeutischen Ansatz, vielleicht auch ohne Schlafmediziner zu nahe zu treten, die haben aber vielleicht besseres Schlafwissen, was aber dann in der individuellen Situation, im individuellen Coaching nicht viel weiterbringt, weil man da einfach einen ganz anderen Ansatz haben muss, um das Schlafproblem zu lösen, weil man erstmal rechts abbiegen muss und ein anderes Problem anpacken muss, um zu einem Schlafproblem zu kommen, was der Schlafmediziner vielleicht nicht machen kann, würde, etc. Ja, weil er es auch aus seinem Selbstverständnis heraus natürlich nicht machen möchte, weil er weiß, er bleibt bei den Fakten, er sagt, ich kann Ihnen nur sagen, wie es ist, können jetzt gucken, aber unsere Aufgabe ist ja zu sagen, okay, wie kriege ich den jetzt rüber, dass er oder sie motiviert sind und auch einen eigenen, persönlichen Weg finden, damit umzugehen und das ist wie bei der Ernährung auch, Ernährung ist ja nicht das Wissen über wir essen schlecht, sondern welche psychologischen Faktoren liegen hinter diesem Ernährungsproblem, also man weiß ja, Übergewicht hat ja nicht damit zu tun, dass Leute einfach prinzipiell einfach viel essen, sondern dass sie dahinter ein Psychogramm haben, eine Struktur haben, die sozusagen dafür sorgt, dass sich der Mensch mit zu viel Ernährung im Prinzip vollstopft, so, da gibt es ja ein Thema, was dahinter liegt, und es bei Schlaf genauso und das zu nutzen, das ein bisschen mit reinzubringen und das dann auf den Weg zu bringen, mit einer Motivation zu sagen, okay, mach es einfach mal und dass die Leute dann auch sagen, okay, ich habe es verstanden, das wären Schlafwissenschaftler, aber auch zu sagen, okay, ich mache jetzt was, so, ich gehe das jetzt an, so, ich probiere mal das und das und das und dann probiere ich das und so und diese Schritte zu gehen, ist eher unsere Aufgabe und ich bin da auch jemand, der auch in meiner Ausbildung gelernt hat, die Leute dann auch nicht rauszulassen, also ich lasse sie nicht aus ihrem Thema raus, also wenn mir jemand sagt, ich trinke abends ganz gerne mal ein Glas Rotwein zum Einschlafen, und dann sage ich, okay, ist ja schön, aber was sind, wenn sie das weglassen, ja, dann schleife ich nicht mehr so gut ein, meine ich, sie sollten sich vielleicht eher mal fragen, warum sie jeden Abend ein Glas Rotwein brauchen und nicht, dass sie nicht gut einschlafen, sondern da ist was anderes, so, also der Rotwein ist sicher jetzt keine langfristige Lösung und ich sage den Leuten, dass man oft auch wirklich direkt und dann gibt es auch ein bisschen Konfrontation, das ist auch gut, weil es dann zu einer Lösung führt, dann wird es konkret, dann wird es persönlich, und dann wird es auch lösend und nicht nur, ja, wir reden mal drüber. Nur so wird es auch nachhaltig und nur so kommt derjenige auch in die Umsetzung, er lebt ja auch oft, ja, wir bieten zwar auch Coachings an, ja, Hashtag Eigenwerbung, aber das ganze Wissen etc., viele Leute, okay, ihr habt da alles auf YouTube, kann ich mir alles anlesen und dann melde ich mich, aber die Leute kommen dann nicht in die Umsetzung, das ganze Wissen ist zwar da, aber dieses persönliche Gespräch ist trotzdem nötig, weil eben auch im persönlichen Gespräch dann doch nochmal Dinge herausgekitzelt werden, die derjenige sich selbst vielleicht nicht hundertprozentig so bewusst war, dass das einen Einfluss auf den Schlaf hat etc. deswegen das ganze Wissen auch wie Ernährung, grundsätzlich wissen wir alle, wie gesunde Ernährung funktioniert, aber warum setzt das Millionen Menschen nicht um oder warum klappt es nicht, weil eben doch ganz viele andere Faktoren hinterspielen und deswegen haben dann, ja, Ernährungsberater, Ernährungscoaches und jetzt auch zunehmend Schlafcoaches durchaus ihre Berechtigung, weil es einfach, ja, sinnvoller ist oder weil es einfach dann schneller funktioniert, als wenn man sich selbstständig auf Wissenssuche begibt und ja, ich setze das alles selber um. Absolut, ja. Genau, deswegen auch finde ich super, dass du auch in den Coachings mit einem Fragebogen vorher arbeitest, weil eben Schlaf auch so vielfältig ist. Ist jedenfalls bei uns so, dass wir auch mit einem Fragebogen vorher arbeiten, weil wenn so jemand ins Coaching kommt, Schlafprobleme können ja gefühlt alles sein. Also es können Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, Schlafqualität, Schichtarbeiter etc. Alles mögliche, genau. Und da ohne Fragebogen mit konfrontiert zu werden, das ist manchmal ein bisschen, bisschen tricky, deswegen finde ich es gut, dass du da auch mit einem Fragebogen arbeitest, dass du dich auch vorbereiten kannst und dass man dann auch, ja, wenn du im Unternehmen nur 30 bis 45 Minuten Zeit hast, dass du auch schneller an praxisorientierte Lösungen zu kommen kannst. Genau, du weißt das, du hast das auch, wenn du jemanden vor dir hast und der sagt, ich schlafe schlecht, okay, so, fangen wir mal an, ne, die fünf großen Themen, so, dann hast du die abgearbeitet, dann hast du erstmal einen riesen Batzen an Themen, so, okay, es könnte das sein, es könnte das sein, so, lassen wir mal damit anfangen und so und dann bist du ruckzuck, dann kommen die Erfolge von Stöckse und dann ist der Chef scheiße, ne, dann meine Frau und meine Kinder und dann hast du die ganze Lebensgeschichte nochmal ab und dann ist es, ist die Stunde rum, so, du hast noch nichts erreicht, das ist, ja, nicht sehr effektiv. Genau, und deswegen, ja, schreibe ich es auch in unserem Buch geschrieben, ohne Ärzten zu nahe zu treten, ist halt schwierig, wenn jemand als Privatperson zum Arzt kommt, ja, ich habe Schlafprobleme, der Arzt hat halt nicht die Zeit, 30 bis 45 Minuten, alles einmal durchzukauen, sich die Schlafhygiene anzugucken, etc., und deswegen, ja, ist es zwar natürlich immer ein bisschen, bisschen Werbung, aber im Bereich Schlaf ist es oft sinnvoller, sich da einen Experten mit individueller Hilfe zu machen, und wenn es nur mal eine Stunde ist, weil man da doch schon extrem viel erreichen. Aber auch andersrum, ich habe jetzt bei einem Fußballverein, bei einem Bundesliga-Verein bin ich jetzt wahrscheinlich raus, weil die haben jetzt einen Psychologen eingestellt, der jetzt auch dauerhaft, also permanent bei den Spielern ist, und der jetzt sagt, ich decke das Thema Schlaf ab. Da sage ich, ja, okay, das ist sicher, ne, also das ist dann die andere Variante, die ja auch nicht schlecht ist, vielleicht ist es sogar wirksamer, als wenn ich einen Physiotherapeuten oder so mit dem Thema verantworte, aber es ist trotzdem nur die eine Komponente, also es ist von beiden Seiten, wie du es nimmst, brauchst du halt die gute Mischung, aus irgendwie ein bisschen medizinisch, ein bisschen psychologisch, aber auch die ganzen Schlafthemen abdecken, und die Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen, die man vorschlägt, auch einschätzen zu können. Das ist halt dann mal was anderes. Plus, wenn ich es natürlich in-house habe, dann habe ich wieder das Problem, die Spieler muss dem hundertprozentig vertrauen, dass es nicht an weitere Stellen weitergetragen wird, dass dann, wenn Externer kommt, öffnen sich die Spieler vielleicht schon mal ein bisschen mehr, weil da nicht die Sorge entsteht. Genau, absolut. Lass gerne noch zum Bereich Profisport was machen. Wir kennen da auch ein paar Mentalcoaches, etc., die mehr so mit Einzelsportlern zusammenarbeiten, weil da gesagt, wird noch so vor in der zweiten, dritten Liga. In den Vereinen ist das Schlaf nicht so groß. Da fehlt es vielleicht auch an einem Athletik-Coach, etc., der das Thema einfach mal aufgreift. Vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen, ja, Mannschaftsärzte der alten Schule, will ich sie jetzt mal nennen, die das Thema noch nicht so auf dem Schirm haben, dass da so ein paar Einzelsportler mehr auf Coach-Suche sind und dann oft so bei High-Performance-Coaches, Mentalcoaches landen, die das Thema auch gut beackern können. Ist das bei dir auch so der Fall, dass viele Einzelsportler kommen, weil sie sagen, okay, es interessiert mich Schlaf, aber mein Verein bietet da nicht so die Lösung oder ich möchte mich nicht an meinen Verein wenden? Gibt es das auch, dass die Einzelsportler so proaktiv an dich wenden? Ja, das ist auch teilweise nachvollziehbar, wenn man diese Vereinstrukturen und die Arbeit von Vereinen erkennt, dass Einzelsportler, die einen klaren Bedarf für sich haben, auch viel konkreter, viel schneller auf das Thema kommen und auch sich schnell eine Lösung suchen. Vereine ist da eher allgemeiner, die sagen, schnell im Thema Schlaf jetzt abdecken, kostet ja auch nur Geld, das geht dann schnell und ja, wie soll ich denn jetzt allen das Thema irgendwie anbieten? Das ist dann auch immer gleich ein Aufwand für die, also die blockieren dann eher mal schnell, gerade wenn es kleine Strukturen sind, kann man teilweise auch verstehen, das sind da kleine Strukturen und die Einzelsportler sind da wissbegieriger, auch direkter in ihrer Anfrage, muss dazu sagen, das sind öfter auch mal andere Personen, das ist dann eher auch mal ein Student und so, die auch klarer, offener mit den Themen auch umgehen und auch anders diskutieren, die auch einen anderen Wissenshintergrund haben, weil sie halt alles selber machen müssen, beim Verein ist halt, ja, macht der Verein halt, so, ich rede jetzt nicht, mir parallel einen Schlafcoach, also entweder ich kriege das über den Verein oder ich mache es halt nicht und mein Arzt oder mein Chef, also mein Trainer sagt mir, was gut oder schlecht ist und dem folge ich und ansonsten trainiere ich halt, so und ich erkenne, dass die Einzelsportler halt viel klarer sagen, ich habe ein Regenerationsthema, ich muss da was machen, ich besorge mir was, weil sonst macht es niemand, so und dann sagen die natürlich auch schnell mal, ja, ich kann dich ja eigentlich nicht bezahlen und so, dann sagt ich, ja, okay, da geht es jetzt erstmal nicht drum und so und dann entwickelt sich dann so, aber die sind dann viel proaktiver, auf alle Fälle, ja. Okay, ja, also wir kennen jetzt auch einen, der hat vor anderthalb Jahr noch in der vierten Liga gespielt, hat auch gesagt, okay, ich muss das machen, sonst lande ich nicht mehr im Profisport, dann hilft mir nicht, weil vierte Liga, da ist das Thema Schlaf im Verein nicht wirklich präsent, hat sich einen Coach gesucht, spielt nächstes Jahr zweite Liga, natürlich nicht alles nur aus seinem Fuß, ja, nicht nur mit seiner Hilfe, aber der hat da schon extrem gute Leistungen erzielt, nachdem man sich einen Coach gesucht hat, deswegen kann schon alles, alles erfolgreich sein. Was mich interessieren würde bei den Sportlern, wie offen sind sie da auch für auditive Neurostimulationen, für so Techniken, die sie vielleicht in den ersten Momenten ein bisschen, ja, ein bisschen komisch anhören oder ganz neu sind oder sagen sie eher, hm, gibt es nicht ein Supplement, kann ich nicht was anderes machen oder sind die da komplett offen für alle Dinge, die die Konkurrenz vielleicht nicht macht, die ihnen Wettbewerbsvorteil geben kann und die kein Loping sind. Für mich sind sie oft zu sehr, zu schnell, zu sehr interessiert, weil, ja, weil sie natürlich so generell, wie es die meisten Menschen auch haben, eigentlich wissen, dass Schlaftabletten jetzt nicht so das super Ding ist, dass man eigentlich auch ohne Schlaftabletten auskommen sollte, wenn es irgendwie geht, wissen, dass alles andere eventuell irgendwie was mit Arbeit und so und Veränderungen zu tun hat, so, man muss ja was tun und dann sagen, boah, geil, da gibt es das was ganz Neues, das ist so ein Startup und die haben ja so Frequenzen und die fühlen mich jetzt in Schlaf, mache ich super, so und dann ist es noch auf der App, da habe ich mein Smartphone, dann habe ich meine coolen Beats-Kopfhörer und dann kann ich das irgendwie alles vermischen und muss eigentlich gar nichts verändern und schlafe immer super, so und dann gib mal her, gib mir her, ich brauche dieses Kissen, so und dann sage ich, nee, ist das nicht das Kissen, sonst ist die Technologie dahinter und so, ah, okay und so, ja, ich mache das mal. Also, wir haben einen Spieler bei, sagen wir mal, einem der Top-3 Bundesliga-Vereine, ein Stürmer, der das nutzt, der hat sich jetzt ein zweites geholt, aber da haben wir den wirklich auch eingeführt und der merkt das sehr stark und der macht das aber auch mit einem Verständnis und einem, sagen wir mal, vorgebrieften inhaltlichen, sagen wir mal, einer Vorbildung, die wir ihm gegeben haben, aber generell sind die Jungs natürlich alle so auf, klar, Messuhren und Apps und Technologie und alles, was im Smartphone ist, ist irgendwie wow und super und, also wie gesagt, für mich manchmal ein bisschen zu schnell, ich bremse sie dann mal ein bisschen, ja, 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 ist gut, könnte auch nutzen, aber, was ist eigentlich dein Problem? So, worum geht es eigentlich? Und dann merkt man oft schon, okay, dann sage ich, okay, dann nutze es mal, wenn du mal ein Powernet machst oder im Bus mal runterkommst oder so, dann, aber jetzt nicht, du brauchst unsere Technologie nicht, ne, so, ja, aber es ist schon sehr groß, klar, weil es ist auch cool, es ist ja auch einfach zu nutzen und so, es passt schon alles, aber man muss immer noch mal fragen, ist das auch für mich was Sinnvolles, ne, klar. Genau, ja, sehr cool, super cool, vielen Dank für die, für die Einblicke vom Bereich Profisport, ist ja immer ganz, ganz interessant, weil das ja doch so ein geschlossener, Bereich ist, in dem wenig nach außen trinkt, sage ich jetzt mal, wie sie arbeiten. Und nur Koryphäen sitzen, nur Leute, die, die ganz, ganz viel wissen und alles verstanden haben und keine Hilfe brauchen und, ja, das soll zwar zu meiner Seite zu dem Thema Schlafcoaching schon gewesen sein, gibt es noch irgendwas, was du da zu dem Thema mit auf den Weg geben möchtest, eine Anekdote, die du erzählen möchtest, die auch anderen Zuhörern interessant wäre, oder wenn es jetzt keine Anekdote ist, einfach irgendwas im Bereich Schlafcoaching, Schlafveränderung oder vielleicht irgendein kleiner Hack, wo du sagst, okay, da hatte ich mal einen Wow-Effekt im Coaching, dass die kleine Stellstraube bei vielen Menschen was geholfen hat, wo die meisten gedacht haben, das ist das, was bringt, das hätte ich nicht gedacht, irgend so was. Ja, also ich habe eine Sache, die ich immer mal ganz gerne mit, die nicht bei jedem natürlich auch wiederum wie immer funktioniert, aber ein ganz gutes Beispiel ist für kleine Tipps, die eine hohe Wirkung haben können, ist eine Anekdote, die ich mal hatte mit einer Frau, da war ich am Gesundheitstag und die kam zu mir an den Stand und hat gesagt, sie kann nicht schlafen, sie würde nachts immer über ihre Probleme nachdenken, weil sie ja dann mal Ruhe hat. Und dann habe ich gesagt, hm, wie geht es Ihnen denn damit? Und so, und dann hinterfragt man das mal kurz ein bisschen, ja, nicht so gut und ich kann ja immer nicht schlafen und so. Und dann habe ich ihr mal erklärt, wie es denn ist, wie man nachts, also wie der Körper und der Geist nachts sich selber in eine, sagen wir mal, in eine Phase und in einen Zustand bringen, um das zu tun, was sie nämlich tun müssen, nämlich regenerieren und Prozesse ablaufen und Hormone steuern und Stresshormone, diese ganzen Immunsysteme und alles wird sozusagen verbessert und das heißt, der Körper und der Geist übernehmen eine Bewusstseinsphase, die anders ist, als man sie tagsüber hat und das wird dadurch natürlich unterstützt, dass wir auch hormonell in der Nacht so eingestellt sind, dass wir natürlich nicht vollgepumpt sind mit Glückshormonen und Endorphinen und Wachhaltern und Cortisol und dieses ganze Zeug, was uns im Prinzip dann wieder aktiv werden lässt, sondern wir haben natürlich eine geistige Bewusstseinsphase, die eher, sagen wir mal, auf Abschottung, auf Dunkelheit, auf Ruhe, auf, ja, nicht darauf ausgeachtet ist, irgendwie Dinge bewusst kognitiv zu verarbeiten und wir dadurch, wenn wir anfangen, nachts uns mit Themen auseinanderzusetzen, natürlich diese dann entsprechend auch negativer sehen und dass das ein klarer Effekt ist, einfach nur, wie der Körper sich aufstellt und ich ihr dann gesagt habe, dass sie eigentlich, wenn sie nachts ihre Probleme wälzt, sich selber nicht hilft und im Prinzip, dass das dumm ist, das zu tun, weil es einfach nicht der Zeitpunkt ist, weil es einfach immer negativer ist und das hat sie so beruhigt, dass sie sagt, ach, dann ist es vielleicht gar nicht der richtige Zeitpunkt und vielleicht soll ich es ja ganz lassen und dann habe ich gesagt, ja, lassen Sie es einfach ganz, weil es bringt gar nichts so und dann hat sie, ach, das beruhigt mich jetzt schon so, ich glaube, ich merke schon, ich kann nachts schon besser schlafen und sie hat mir dann auch eine E-Mail geschrieben und hat auch gesagt, dass sie das sehr stark geholfen hat, einfach nur zu wissen, ein kleines Stück Wissen aus der Schlafgeschichte und aus der Schlafwissenschaft oder Schlafpsychologie in dem Fall, zu sagen, okay, ich brauche das nicht mehr, ich mache es jetzt einmal irgendwas Kleines anders und schon habe ich eine Riesenwirkung dahinter und das ist beim Schlaf oft. Kleine Veränderungen können eine Riesenwirkung haben und die dann nachhaltig wirklich sehr stark spürbar ist. Das ist so immer mein Ding, immer diese kleine, diesen Trüffel, den ich suche, diesen Golden Nugget, wo ich sage, okay, das ist eigentlich nur die kleine Stellschraube, die man verändern muss und dann den Schlaf wirklich deutlich zu verbessern. Das ist immer so mein Credo so ein bisschen. Eine coole Geschichte, die auf jeden Fall auch auf viele Menschen übertragbar ist, denke ich mal, weil Grübeln als Ursache für Einschlagprobleme, ich denke, das trifft auf über 90 Prozent der Menschen zu, dass sie das schon einmal haben und wenn man da so ein bisschen aufklärt, hey, dein Körper hat das Glück, so ein Serotonin einfach salopp gesagt verbraucht und hat daraus Melatonin hergestellt, deswegen sind deine Gedanken sowieso tendenziell etwas negativer, plus, wie du sagst, aus psychologischer Sicht, wir lösen nachts keine Schlafprobleme. Können wir auch gar nicht, wie sollen wir es denn machen? Noch nicht mal nach Hotline. Alleine drüber grübeln, das geht ja nicht. Ja, wir können ja nichts machen, wir können nichts verändern, alle schlafen, ich kann ja auch nichts tun. Was soll ich tun? Also es ist ja völlig auch, ich kann ja nicht aufstehen und jemanden anrufen, die schlafen ja alle. Ich kann ja auch einen Kollegen nicht mit irgendeiner Aufgabe irgendwie auf die Straße setzen, das geht ja alles nicht. Richtig, also es ist noch nie besser geworden wahrscheinlich, wenn man da stundenlang drüber gegrübelt hat, wochenlang sich so Schlafprobleme implementiert haben. Genau. Okay, manche wissen das auch und grübeln trotzdem, aber Ja, klar, klar, klar. Kommt auch immer auf das Problem drauf an, wenn jetzt Trauer, wenn man Menschen verloren hat etc., dann muss man da natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, bevor man dann urteilt. Natürlich. Ja, 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 das sowieso, also da macht es dann immer wieder individuell. Und dann sage ich aber auch, sie werden auch die Trauer in der Nacht nicht los. Sie werden die Trauer bewusst los, so auf verschiedene Wege, da gibt es dann, kann man dann anders drüber sprechen, aber klar, man muss da immer drauf gucken, auf absolut. Ich frage ja auch immer, was sind das für Gedanken, was denken Sie da so und was passiert da, was macht das mit Ihnen und haben Sie das dann nochmal am nächsten Tag sich schon mal angeguckt, sieht das dann anders aus? Ja, irgendwie schon und so und dann, ja. Genau. Und all diese Fragen, ja, die gehen halt nicht, wenn man sich im Internet die zehn besten Schlaftipps durchguckt und der Hoffnung, dann wird es besser. Absolut, absolut. Genau, sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, das war ein richtig, richtig spannendes Gespräch, auch für die Zuhörer. Ich werde auf jeden Fall alles in die Show Notes beziehungsweise in die YouTube-Videobeschreibung packen, wo man dich, wo und wie man dich kontaktieren kann. Alles Wichtig. Dankeschön, danke. So Ivy, auch für die Leute, die da noch ein bisschen tiefer gehend recherchieren möchten, ein paar Studien, beziehungsweise die Studien, die ihr bei Ivy verlinkt habt, hinter der Technologie, dass das ja auch wirklich Hand und Fuß hat, dass es nicht nur positive Erfahrungsberichte gibt, sondern dass vor allem im Gehirnwellenbereich die Stimulation ja schon lange Teil der Schlafforschung ist. Das ist da wirklich eine gute und wirksame Studienlage. Ja, genau. 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 Dann würde ich fast schon sagen, soll es das mit diesem Podcast gewesen sein, alles... Eins wollte ich noch loswerden. Ich wollte euch noch zu einem Buch gratulieren nochmal. Ich habe mir das ja bestellt, gelesen, nicht ganz gelesen, aber zumindest reingelesen und bei so ein paar Sachen, die mich interessiert haben, wie schreiben sie denn da, wie machen sie denn zu dem Thema? Das ist ja immer so aus meiner Sicht auch ganz interessant. Was machen die denn damit? Also ich finde es wirklich super, ich finde es sehr praktisch. also es ist super so zum Nachschlagen und wirklich Tipps abzuholen. Ich finde es kein Geblabla so. Es ist auch keine Selbstdarstellung, was ich sehr gerne mag. Also ich finde es sehr am Thema, er hat es sehr gut recherchiert, es ist irgendwie alles drin. Viele Sachen merke ich so, klar, so ist es und so mache ich es auch und so sieht es auch aus und so sagt man das auch. Also ich finde es echt super gelungen und Gratulation, was ist die zweite Ausgabe, war das jetzt, ne? Es war jetzt die dritte. Dritte schon, genau. Okay, genau, super. Finde ich super, dass ihr das macht und ja, Glückwunsch. Also mir gefällt es ziemlich gut. Also echt klasse. Super, super. Weiter so. Das freut mich natürlich, der passende Übergang. Das nicht rausschneiden jetzt, ne? Nein, nein. Der Link zum Buch findet ihr auch in den Shownotes oder in der YouTube-Gradung. Ja, ja, ja. Genau, glaube ich. Klar, klar. Aber super, echt. Sehr schön. Cool. Dann würde ich sagen, soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Wie gesagt, alles Wichtige in den Shownotes, wenn du Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, einfach eine E-Mail an podcast.schlafonaut.de Dort kannst du uns auch anschreiben bezüglich Coaching-Anfragen, Vortragsanfragen, etc. Wenn du Themenwünsche hast für weitere Podcast-Folgen, auch einfach an podcast.schlafonaut.de und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Ciao. Auf alle Fälle. Ciao.